Hallo, heute habe ich eine Bulmenko Bokkori-Suppe mit nur 7 Zutaten. Plus noch eine leckere Topping. Machen wir anfangen? Zuerst schneiden wir die Bulmenko in kleine Lotion. Dann Bokkori ganz einfach nur so. Etwas Öl im Topf. Blumenko dazu. Bokkori auch. Mit Gemüsebücher ablösen. Bräugelsatz dazu. Und Schwarzpepper. Nur 3 Minuten Kökennasen. Machen wir es an Haus gemacht. Zuerst zusammen gut pürieren. Sehr schön und konsistent. Ganz einfach. Jetzt nur noch Topping. Soll ich den Tofu grob reiben. Etwas Öl. In der Pfanne. Bulmenko und Bokkori scharf ablösen. Tofu dazu. Noch mal 2-3 Minuten anblatten. Etwas Chiri. Und ein bisschen Yakon-Sirup. Fertig. Servieren. Servieren. Eine gesunde Deite Marzai. Lecker. Also wieder in der Pfanne. Bis alles mal. Bis alles mal.